Jetzt kommt Zaunelement rein und da alles gut, ne? Wie machen wir das mit der Bezahlung jetzt? Mit oder ohne Rechnung? Lass es schwarz machen, oder? Was? Ohne Rechnung, ja? Kannst du mir da den Umschlag packen, vielleicht, ohne dass meine Frau das sieht? Wie viel haben wir ausgemacht? Taui, ne? Taui? Nee, das ist zu viel. Nee, nee, Taui haben wir ausgemacht und jetzt rufen wir wegen Frau ganz... 250, ne? Ja. Ja, 250 passt. Alles klar, machen wir so, ja? Perfekt. Okay, super. Und sag deinen ganzen Freunden Bescheid, Gartenlandschaftsbau-Luzek-Experte, ne? Sofrieden bin ich. So tam.